Das innovative Onda-System ist einzigartig. Mit speziellen Mikrowellen können Zellulite und erschlafftes Gewebe wirksam behandelt und Fettdepots sicher und effektiv reduziert werden. Es stimmt einfach alles überein. Wir haben drei Systeme in einem Gerät. Wir können kleine Fettdepots reduzieren, wir können Zellulitis behandeln und wir können Haut straffen, also drei Geräte in einem Gerät vereint. Es gibt sehr viele Patienten, für die eine Fettabsaugung überhaupt nicht infrage kommt. Und wir sprechen auch ganz den Patienten daraufhin an, der mit intensiven Training gewisse Areale nicht erreichen kann. Das ist ein Teil unserer Klientel. Das ist wichtig. Wir haben aber auch den Menschen, der unbedingt eine Kleidergröße weniger haben möchte. Und das können wir auch erreichen mit Onda. Wir können sicherlich nicht den Body Mass Index verändern, aber wir können kleine Problemzonen, Fettzonen schmelzen. Wir können vielleicht sogar eine Kleidergröße reduzieren. Wir können Areale, an denen die Haut einfach nicht mehr so straff ist wie vor einigen Jahren, dort können wir die Straffung wiederherstellen. Ein großes Thema bei Frauen ist die Zellulitis. Hier gibt es verschiedene Grade, schwere Grade der Ausprägung. Und auch dieses Gerät, Onda, kann sich auf die verschiedenen Schweregrade und Behandlungsintensität einstellen. Also die Behandlung kann in verschiedenen Stadien, verschieden intensiv durchgeführt werden. Der große Vorteil für die Patienten, die mit diesem Onda-System behandelt werden, es gibt keine Schmerzen. Und das ist in unserer Branche recht selten. Wir können alle drei Module dem Patienten anbieten, ohne dass Schmerzen dabei auftreten. Ein maximaler Patientenkomfort mit schnell sichtbaren Erfolgen. Ohne Ausfallzeit oder Operationsnarben. Die Behandlung ist sicher und nicht invasiv. Die speziellen Mikrowellen des Onda-Systems dringen tief in die Hautschicht, stimulieren so die Produktion von neuem Kollagen. Die Patienten, die wir jetzt behandelt haben seit Oktober, sind durchweg positiv überrascht. Im Zuge der Silhouette-Gemeinschaft ist dieses eine wirklich tragfeste Säule im Therapieerfolg. Neueste Technik mit effektiver dreifacher Wirkung. Onda Cool Waves. Die Technik mit effektiver Dreifelung ist das eine wirkliche Säule im Therapieerfolg.